Komplett überarbeitet und mit optimierter Ausstattung. Der einfache und kompakte Tolino Shine 2 HD für alle Leser, die das Praktische am E-Reading schätzen. Mit besonders hochauflösenden 300 ppi sorgt das neue Display des Tolino Shine 2 HD für ein gestochen scharfes Schriftbild. Dank der hohen Auflösung können Sie auch kleinere Schriftarten besonders angenehm lesen. Lesen Sie mit dem Tolino Shine 2 HD wie auf Papier, denn auch bei starker Sonnenstrahlung bleibt das E-Ink-Kater-Display spiegelungsfrei und sorgt so für perfekten Lesegenuss. Und wenn es dunkel geworden ist, einfach die integrierte Beleuchtung einschalten und schon können Sie Ihr E-Book weiterlesen. Der Tolino Shine 2 HD verbraucht nur wenig Strom und bleibt mit einer Akkuladung bis zu sieben Wochen Ihr zuverlässiger Begleiter in der Welt der Bücher. So kommen Sie selbst im Urlaub ganz ohne Steckdose aus. Mit den praktischen Lesefunktionen des Tolino Shine 2 HD wird Lesen noch komfortabler. Wechseln Sie direkt im E-Book jederzeit die Schriftart oder vergrößern Sie in sekundenschnelle die Schriftgröße. Besonders praktisch! Mithilfe der integrierten Wörterbuch- und Übersetzungsfunktion können Sie einzelne Wörter direkt im E-Book nachschlagen oder übersetzen. Für literarischen Nachschub ist mit dem Tolino Shine 2 HD stets gesorgt. Greifen Sie via WLAN im integrierten E-Book-Shop auf über 1,8 Millionen sofort verfügbare E-Books zu und entdecken Sie Ihr neues Lieblingsbuch. Und dank kostenloser Nutzung der Telekom-Hotspots ist das deutschlandweit sogar unterwegs besonders bequem. Übrigens, bis zu 2000 E-Books können Sie auf Ihrem Tolino Shine 2 HD speichern. Und wenn der Platz auf Ihrem E-Reader nicht mehr ausreichen sollte, können Sie Ihre E-Books sicher und kostenlos in der Tolino Cloud ablegen. So haben Sie auch unterwegs und mit verschiedenen Lesegeräten jederzeit Zugriff auf Ihre E-Books. Tolino setzt auf Offenheit und unterstützt das E-Book-Standardformat EPUB. Das heißt, Sie haben jederzeit vollkommene Entscheidungsfreiheit bei der Wahl Ihres Buchhändlers und können auch die öffentlichen Leihbibliotheken nutzen. Der praktische mit neuem Display und Design. Der Tolino Shine 2 HD. Tolino. Entdecke die Leichtigkeit.